Moin Moin, einmal hier von mir in einem kleinen Video der Filter. So sieht das Ganze aus. Wenn man es aufmacht, es blinkt dann auch so leicht rötlich und man sieht, okay, das Gerät kann so nicht arbeiten. Das füllen wir aber mit Wasser auf. Dann stülpen wir das Ganze einfach oben drauf und gucken, dass das hier jetzt auch sitzt. Das ist jetzt mit einer Hand nicht ganz so einfach. Ja, so. Dann ist das Ganze drauf und wir schalten das Ganze hier auf den Knopf ein und dann bin das Gerät auch direkt zu arbeiten. Man sieht das jetzt nicht so gut. Ich versuche mal mit der Hand so ein bisschen. So, dann kann man hier den leichten Rauch an meinen Fingern sehen, wie der aufsteigt und insgesamt erfüllt das seinen Zweck. Ist halt für einen kleinen Raum nur geeignet, aber dafür gut.